Diesen November wurde RTS zwei Jahre alt und das möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen ein Best-of-RTS zu präsentieren. In den nächsten Wochen zeigen wir Ihnen daher immer wieder einige Gusto-Stückerl aus dem RTS-Archiv. Genießen Sie ein Stück Salzburger TV-Geschichte! Der strahlende Mittelpunkt des Salzburger Christkindlmarktes ist wohl jedes Jahr der große Weihnachtsbaum. Bis dieser jedoch einmal so steht, hat er eine ziemlich lange Geschichte zu erzählen und die des heurigen Baumes beginnt in der Stadtgemeinde Radstadt. 40 Jahre lang ist der Baum am Hof der Spenderfamilie Sinnecker aus Radstadt gewachsen und jetzt soll ihm die größte Ehre zukommen, die ein Salzburger Baum erlangen kann. Nachdem die Salzburger Berufsfeuerwehr den Baum auf den Schlepper verladen hat, beginnt seine größte Reise und zwar mitten ins Herz der Stadt Salzburg. Dort angelangt muss er noch einmal in luftiger Höhe baumeln, bevor er wieder fest mit Salzburger Heimatboden verbunden ist. Die Berufsfeuerwehr muss so manche Schwierigkeiten überwinden, damit der Baum wieder steht. Man muss beim Transport aufpassen, dass eben keine Äste brechen, weil das wäre natürlich nachträglich dann ganz schlecht, wenn man die Äste nachher noch reinbauen muss. Das passiert natürlich auch, ist ganz klar, kann auch passieren. Beim Einrichten muss man natürlich auch aufpassen, weil unten muss er fest sein, weil sonst kann man beim Einkeilen verschirbt er sich jedes Mal wieder und das ist eigentlich die Kniffligkeit, dass er dann irgendwann einmal richtig passt. Das ist ein bisschen eine Spielerei, aber man kriegt das dann schon hin. Nun endlich darf der Baum wieder stehen, doch zum Verschnaufen hat er nicht viel Zeit, denn am 19. November geht es schon mit der Eröffnung des Christkindlmarktes los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017